Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Blasphemus für die Switch und ja, ich befinde mich jetzt hier wieder bei der Bibliothek Oh, machen wir einen coolen Finisher Hier gibt es noch einige Wege, die wir nicht haben und dazu kommt auch noch, dass wir jetzt ja diesen, ähm, wie heißt das, diese drei Zungen haben, womit wir ja diese, äh, ja, Wurzeln und so, ähm, ups, war mir schon doof, womit wir diese Wurzeln in Gang kriegen können Das würde ich ja ganz gerne mal testen Da brauche ich mich schon drauf So, da rüber Mal reingucken Karte, ja, guck mal, da können wir auf jeden Fall noch geradeaus Ähm, und wir können auch noch zu diesem Stierporträt gehen Denn wir haben jetzt ja vielleicht sogar noch ein paar mehr Oh Nein! Boom! Und er ist der Tod Gleich zu Beginn Also, nicht mal innerhalb von einer Minute Auch nicht ganz in einer Minute, aber So, schnell zurück hier Ja, nehmen wir mit Ein paar Punkte Nein! Ich, jedes Mal, renne ich, springe vielleicht auch runter, aber ich meine, ich kann ganz schnell weglaufen So, wenn wir hier rüber Bäm! So, hier müssen wir vorsicher sein Nein! Nein! Okay, noch richtig vor dir sein Warte mal So, warte mal Gut! Gut! Die Karte Genau, wir könnten einmal da hoch Sollen wir nochmal da hoch gehen? Sollen wir nochmal da hoch gehen? Warum springe ich denn genau da rein, fragt man sich, ne? Oh ja Oh ja Hä? Hä? Ich habe hier irgendwie gerade das Okay, warte auf Noch einmal Noch kurz Natürlich fast gleich Gleich springe ich auch nicht Nein, ich hatte noch fast scheiße Oh ja, normal Ja, okay, das war natürlich viel blöd von mir Nee Bist du jetzt nicht drauf? So, mal kurz gucken Ja, keine Ahnung, da müssen wir rein So, ich speichere nochmal kurz Gucken wir mal, ob wir das opfern können Hm, haben wir noch zu wenig? Wollen wir noch ein paar mehr? Gut, ist hier hinten eigentlich irgendwas? Oh, guck mal da Also Mhm Ach, lustig Nicht jetzt Und das ist so die Die Spiele, die sie geil fanden Oder ist das hier? Das ist doch hier Na, wie heißt das? Weil sie doch nicht mehr Hier auch Die Spiele Lustig Hm Was von dem Programmierer hinterlassen? So So Wollen wir noch irgendwas? Ja, wir sind geradeaus Dann können wir da hoch Da sind wir ja gerade, ne? So Gibt es noch irgendwas, wo wir hin müssen? Also hier haben wir doch alles erreicht eigentlich, ne? Hier gibt es noch einen Weg. Da, da können wir noch hin. Die Bibliothek der verneinten Worte. Da haben wir noch nicht alles erreicht. Und dann könnten wir auch mal die nächsten Gebiete hier angehen, würde ich sagen. Ah, zum Beispiel. Okay. Bibliothek der verneinten Worte. Wieso kann ich mich eigentlich nicht da hinbieten? Fertig, fänden wir gerade einen. Verstehe ich nicht. Da gehen wir jetzt mal hin kurz. Weil irgendwie ist der nicht richtig registriert. Weil wenn ich in diesen hier reingehe, dann kann ich mich nicht da hinbieten. Das ist doch komisch. Oder habe ich den nicht richtig entdeckt? Muss man den benutzen? Okay, wir gehen einfach mal hin. So, kann natürlich gut sein, dass man den benutzen muss. Und deswegen habe ich den nicht freigeschaltet, weil irgendwie da hinten düsen konnte ich nicht. Hätte ich es nämlich sonst schon mal ein paar Mal gemacht. Wenn wir den kleinen Boss besiegt. Ja, wirklich der leichteste Boss von allen bis jetzt. Muss man sagen. Einfach mal. Mal sind sie leicht, mal sind sie schwer. So. Okay. Warum habe ich das Ding jetzt nicht runtergekommen? Warum bin ich jetzt runtergesprungen, fragt ihr euch, ne? Weil ich es kann. Nee, das war einfach nur dumm von mir. Wollte ich auch gar nicht. Macht aber nichts. Den Fahrstuhl kurz mal holen. Da jumpt einfach mal runter, ne? Geiler Typ. Irgendwie habe ich gerade im Kopf gehabt, dass es da irgendwie ein Boden ist. Warum auch immer. Ja, ja. Jetzt können wir ja vielleicht das Ding da benutzen, sodass wir da hochkommen. Mal auf. Das ist die Wurzel, aber... Wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich denn da hoch? Achso, okay. Das macht Sinn. Guck mal. Können wir nicht runterfallen. Okay. Ah, sonst geht's nicht. Aber warte, wir haben noch was anderes. Noch was anderes in petto. So. Da. Den. Wie geht das ja? So, mit 20 Stück. Nehmen wir hin. Lesen wir mal. Wow. So. Und hoch geht's. Und wir gehen nach rechts. Wollten wir hin, ne? Gleich. Einfach nur bald aus, okay. Okay. Ja, jetzt haben wir auch das Ding, okay. Hatten wir vor mich nicht. Bin mir ganz sicher. Gut. Jetzt können wir noch mal nach oben gehen. Wo sollen wir jetzt hin überhaupt, ist die Frage. Hier ist auch noch... Der Weg ist auch noch nicht ganz frei. Vielleicht sollen wir da noch mal längs laufen. So, da reinkommen. Nicht, dass wir da irgendwas verpasst haben. Ähm. Und dann geht's hier weiter. Oder? Gute Idee. Gute Idee. So, jetzt sind wir in den Raum, wo wir hinwollten, damit wir da irgendwie weiterkommen. Kann man sehen, das ist da so ein bisschen, ja, ein bisschen wehr alles. Aber, ähm, wir versuchen das einfach mal jetzt, dass wir da durchkommen. Und zwar müssen wir hier durch irgendwie. Das heißt, da ist der Weg. Die andere Seite müssen wir jetzt hier unten runter wahrscheinlich. Ist hier so ein blöder Gegner? Oh, Mist. nein was machst du denn leben brauchen wir noch nicht ganz gut anstellen aber naja liegt noch was oberschenkelpnochen von karpow dem kopfgeldjäger dann können wahrscheinlich diesen weg hier längs hier geht es auch rein wo geht es denn da rein ich will einmal kurz hier nach oben liegt noch jemand aber den kann man bestimmt schnacken und natürlich das andere ding einmal rein lehran leben aber nur ganz kurz ich war zeuge der exhumulierung der erzbischof ich sah wie man seit noch einen wein wusch und ihnen dann in seite und gold zu kleiden ich sah wie man ein gesicht mit prächtigen juwelen schmückte und dann seine stirnküste ich sah wie man ihm die ringe in die finger steckte und seine händeküste man hob ihn auf rief seinen namen und wiegt ihn hin und her so dass es aus als könnte er wieder gehen ok die botschaft ok wir müssen leben und falls wir ganz dümmlicherweise jetzt sterben sollten klar hier nehme ich natürlich noch mit hier geht es rein kann man gut unseren speicherpunkt können perfekt so viel gespeichert ok es kommt ein boss hier steht die tante schon wieder genug was nach oben hier auch hin also die frage wo der boss ist ist der boss jetzt hier in der nächsten kammer oder in der anderen kammer da unten ich geh jetzt mal hier rein guck mal ah ok eben noch ein geheimgang ne kann man aber noch einmal sich ähm gucken was man noch hat hier was ist denn hier perfektioniert die technik gesegnis blut zu werfen wobei das geschoss am entferntesten punkt eine flugbahn zurück zum urschluss und beschreibt verbraucht im brunst das machen wir doch gerne so ja schauen wir uns den boss noch an oder lassen wir das sein für die nächste folge ist die frage ähm ich denke wenn wir schon alle dabei sind gucken wir doch mal kurz rein ne bin auch mal gespannt wie der aussieht so sie fragen wir aber erstmal nicht erstmal versuchen wir den alleine wenn das nicht geht dann holen wir sie dazu ich bin gespannt da ist er erst ja die hände und hat ich werde dir auch hier habe ich okay das hat in der nicht rès aber das ist auch nicht gut Verdammt. Warte. Okay. Ach, Mann ey. Geht's aber. Oh. Scheiße, stand ich noch in diesem blauen Licht drin? Ärgerlich, ärgerlich. Ach, da geht man noch mal rein. Den testen wir noch mal. So. Gehen wir noch mal rein? Ah, ich wollte gerade mit springen, ey. Okay. Okay, cool. Du kannst du jetzt noch das. Aber du kannst du halt either. So, du kannst du auch mal rein. So, du kannst du trotzdem noch mal rein. Okay. forgiven bisher. Du kannst du auch mal rein. Du kannst du da. Du kannst du auch mal rein. Du kannst du einfach mal rein. Du kannst du da müssen. Du kannst du da. Du kannst du es auch mal rein. Es ist so schwierig da wegzukommen. Ah! Ah! Oh, weg da! Ah! Oh! Oh, komm mal her! Der trifft auch so gut mit dem Ding da, ne? Oh, komm schon! Nein! Verbraten! Oh, wenn ich ihn benutzen konnte! Scheiße! Er ist jetzt blöd oder starb da! Oh! Ah! Er hat mich schon wiederholt, man! Oh! 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 Na komm, du blödes Viech. Heieiei. Okay. Warum der jetzt zum Schluss keine Angriffe mehr gemacht hat, weiß ich auch nicht. Vielleicht ein kleiner Fehler im Spiel. Ich habe keine Ahnung, aber... Das hat mir das Leben gerettet. Sau cool. Easy. Naja. Ich habe den falschen Weg gerannt. In die andere Richtung laufen. Ja, das war doch mal ein Spaß. Fieser Boss. Oh, das ist wahrscheinlich jetzt der richtige Boss. So bin ich lieb. Über Glas. Hm. Ich habe ein bisschen Angst, obwohl. Verformte Maske des Ohres. Okay. Danke dafür. Wo wir hier rauskommen. Ich sehe alles aus dem höchsten Punkt des getrenntes Tres, in dem das Miracle mich reinkarniert hat. Ach, jetzt habe ich die Abkürzung hier. Okay. Da unten müssen wir ja gar nicht hin. Aber. Müssen wir eigentlich hier nach oben, ne? Hier oben haben wir auch noch nichts fertig gemacht. Aber hier gibt es überhaupt kein... Das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss. Joachim. Tschüss. 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 Ciao. shot. Rabいます. Justice. Tschüss. besparen sie televis breast breast breast.